Mein Junge erhält auch gemischte Hackfleisch, das ich vorbereite, weil ich plane nicht mehr von Perfexpress kaufen, ich plane nur diese Bestellung plus Tokenfutter nutzen und wäre auch einfacher und weiß, dass es nicht drin ist wie Mais, das ich nicht wünsche. Ich werde richtig mischen, weil meine Rude mag keine Gemüse, deshalb muss ich diese Gemüse verstecken zwischen dem Fleisch, so dass er es isst.